Ich finde Elektromotoren langweilig als Auto. Ich möchte es nicht fahren. Wir haben ein riesiges Drehmoment. Ich habe einen Tesla gefahren, das hat mir aber keinen Spaß gemacht. Das geht natürlich voll ab, das ist klasse und so wunderbar. Aber dir fehlt doch die Gänsehaut, wenn der Motor ballert unter dir.